What the fuck? Mach mal den Monster aus. Das geht ja gar nicht. Wo sind die denn? In der zweiten Etage. Okay. Wo kommen die denn hier mit einmal? Von Flimflam bestimmt. Ich weiß nicht, was Flimflam macht. What the fuck? Mach doch eben so. Ja, ich wollte gerade was zu... Oh, Spacken. Zwei, ne? Nein, mach wieder aus. Achso. Wie denn? Nee, ist schon gut. Ich kann doch gleich zwei spawnen. Nein. Nein, nein. Mann, habe ich mich gerade gewundert. Ich gehe einfach hier hin. Vor allem taucht bei mir immer wieder die Nachricht auf. Komm. Er geht volle kann auf mich tot. Ja, meinst du, dass bei mir immer ist, wenn der volle kann er drauf losgeht. Ich habe den Wüse-Effekt drauf, aber... Jetzt habe ich ihn auch. Leck mich. Ich sage nur, leck mich und bin tot mit einmal. Weil er explodiert ist. Ja, weil er mit einmal explodiert ist. Hat er sonst nie geschafft die ganze Zeit. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja? Ja. Und die müssen wir uns vorunterladen schon. Ja, das ist meinst du, worum ich hier hinten reingegangen bin. Nehmen in die Lücke. Ja. Kommen wir jetzt nimmt. Er ist ruhig. Alter, warum hat er jetzt auch mal einen Wüse-Effekt? Habe ich nämlich auch. Was ist mit ihm denn jetzt falsch hier? Oh mein Gott. Darum bin ich nämlich auch gestorben. Ja. Buggt der jetzt da? Er ist voll geleckt gerade. Ne, wie buggt das da unten bei euch? Loin! Was ist mit ihm denn heute falsch? Hat schon wieder einen Wüse-Effekt. Kann das sein, dass die immer stärker werden? Hast du vorher auf Easy gehabt? Ich habe nichts umgestellt. Wahrscheinlich hast du auf Easy gehabt, du Affe. Ne. Ich habe nur nicht mal auf Monster gestellt. Auf das wieder Monster ansehen. Ich habe ja ein Peaceful gehabt. Ja? Ja. Warum habe ich mit einmal eigentlich so viel Leben? Kannst du mir das mal verraten? Keine Ahnung. Oder hat man bei irgendwas Leben bekommen? Taucht er denn an, wenn es Peaceful ist? Ja, ja, klar. Mach mal. Ich habe noch genug, sonst soll ich drei noch? Ne, Peaceful nicht. Easy. Easy, easy. Easy hast du gestellt. Ne, jetzt ist es normal. Zwei ist ja normal. Ja, ich weiß, deswegen war das so einfach die ganze Zeit. Mach mit dir halt den easy. Ich glaube, der macht da noch nicht mal einen Wüse-Effekt. Kannst direkt hier einprügeln hier auf den. Ne, der macht vorher noch Schaden. Genau, ich öffne das Questbuch. Der scheint mir auch kleiner zu sein. Ja, ne? Der macht keinen Wüse-Effekt. Ich sterbe dann noch gleich. Zwei Herzen. Wenn der wieder voll in die Vollen geht. Wuhu! 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 Wurzest du dich töten? Weißt du, ich bin? Ne? Ich bin einfach einen hochgegangen. Normalerweise müsste einer die Ark holen, der andere boxte ihn die ganze Zeit. Aber ich habe nur zwei Herzen. Wie viele Nessers-Stars hast du? Ich habe nur ein halbes verloren. Aua! Oh, ich habe eine Fucklub geschlagen. Vor allem, was war das mit einmal mit den Creepern? Hallo? Genau, das war von Flimflamme, glaube ich. Also du hast jetzt wie viele? Auch einen Nessers-Star, ne? Oder gar keinen? Gar keinen. Also du hast keinen Magnetern, richtig? Ja. Okay. Ich habe jetzt nur die Hälfte des Lebens, aber das ist egal. Ich gehe einfach weg. Tschüss. Geh dich verstecken. Ich gehe hier rein. Ich habe eine Etage höher. Alter, warum konntest du denn gerade so hoch springen? Ja. Ich gehe hier nicht richtig. Ja. Aua. So nicht mich, dann nicht mich, du Arsch. Okay, Nächsten. Wie viel Leben? Ich hatte nur noch... ...4 oder so. Also soll er erst im Moment warten. Meine Rüstung ist doch fast im Arsch. Ah, meine Kate. Ich tue schon mal hier so... ...zwei Puppen ausstellen, aber ich tue noch nicht alles vollstellen. Warte kurz. Ja, ja, ich warte kurz. Ich mache mir eben hier die Blöcke weg, dann kann ich vier Puppenschimmer aufstellen. Damit das... Was war das denn? Ach, das war oben, die Konstruktion. Okay, das sind die letzten 5 Centers. Ich bin gerade nicht unten, ne? Ah ja. Tu schon mal über zwei Köpfe hin. Ich fange schon mal mit einem an. Komm, Eiermann. Guck. Oh. Oh, der ist da. Komm, Eierkopf. Einfach dann da reingehen oder hochgehen. Das will nicht jemand dann hinter anderen. Okay, nächsten. Ja? Ja, warte. Dann versteck dich so lange. Mach Schriften. Ich habe noch. YOLO! Bist du behindert, ne? Komm, komm her. Ich habe eigentlich schon überlegt, alle vier zu machen. Wir werden defensiv sterben, gleich. Ne, wenn wir da hochgehen, nur da ins Loch. Ich habe eins verloren. Ist der eine schon down oder was? Ja klar, was denkst du denn? Wie lange brauchst du denn? Ja, mein Schwert macht nicht so viel. Okay, hä? Hast du einen aufgesammelt? Ja. Okay, wundern mich schon. Ah, ne. Ich tue erst voll essen. Ah, der Kopf ist angeflogen. Willst du die Division... Na, Wodgrafraum, willst du die auch sammeln? Nö. Okay. Dann. Da hast du dich eben gewundert, ne? Wie schnell der down war. Mein... Mein Schwert hat gar nicht so viel. Mein Schwert hat nur acht. Meinst du halt auch acht? Wiser 1 und Smite 3. Mehr hat es nicht. Ja, Smite ist okay. Wiser... Ach, du hast Wiser-Effekt noch drauf. Neu. Ja, standardmäßig eigentlich auf dem Schwert. Ja. Oh, drei Herzen nur noch. Nummer 2. Reagiert gar nicht erst. Oh, doch. Oh, ich muss weg. Ich sterb gleich. Ja, dann geh weg. Heilige Maria Gottes. Der, ich glaube, der ist... Blacky, ich glaube... Ich werde nur geringen. Drei Herzen, YOLO. Du spielst. Ich gehe da extra raus. Du spielst, dass er mir hinterherkommt. Und du springst rein. Bist du behindert, ne? YOLO. Ey. Mein Eintricks haben dich gewechselt eben. Hast du mich vielleicht gehauen? Ähm, warte, sag ich gleich. Hast du mich vielleicht gehauen oder so? Ne, wieso. Okay. Ich bin eben nur noch mit dem Schizzle zugehauen. Ach, du hast den Schizzle. Ich hab den heute gesucht. Geht 20 Stück. Das haben wir. So, wir hoffen, dass das die Quest abschließt. Meine Items haben sich durcheinander gesteckt ab und zu. Hä, okay. Oh. Vielleicht, wenn ich dich gehauen habe. Ja, das kann auch sein. Warum hab ich da Shampoos und Neusea drauf? Keine Ahnung. So, my thing right happens, I want you. Das liegt bestimmt an mir. Oh, die Orange Flame. Oh, nice. Oh, wieder ein ME-System. Toll. Ich hab heute schon wieder eins aufgebaut. Ich kann das gerade nur nicht wegmachen. Toll. Hast du keine Milch? Ne. Okay, da visionen sie sich. Das sind alle jetzt da drin. Was für eine Disk ist der End? Ja, das ist die End. Nein, wir müssen. Die Bagger. Das ist die... Was? Ne. Oh, mein fucking Gott. Das ist... Klaas. Alter, ich trau mich gar nicht, hier weiter zu gehen. Ja, ja. Okay, Klaas. YOLO. Ich will nicht so da. Ja, wir haben ja komplett alles eben raus. Ja, eine packe ich doch weg. Ja, sicher. Na, ich spring da nicht runter. Warum? Da ist direkt ein Portal. Wollen wir gleich YOLO machen? Und rein da? Warte, ich will wenigstens die Coins wegpacken. Ich will erstmal alles, was ich soweit nicht brauche. Ja, definitiv die Backpacks. Die müssen weg. Backpacks einfach mal wegpacken. Alles, was man nicht brauche, weg. Wir wollen heute nochmal was anderes gucken. Ähm, Debugger. Was? Schaufel brauchen wir nicht. Obwohl, eine Schaufel kann ich vielleicht noch mitnehmen. Und was zu essen. Und die Level weg. Die Level weg. Team ist noch weg. Sowas brauchte man einen Pisten. Ne, brauchte man einen Schalter, einen Hebel? Ne, man brauchte nur einen Pisten, oder nicht? Oh, ne, Redstone, fuck'l. Ja. Warte, meine Schuhe sind auch schon fast im Marsch. Schuhe kannst du auch die anderen anziehen. Pisten. Ja, da hast du aber nur Feder und Feathervolling drauf. Weißegal. Und Redstone. Ich nehme einfach den Redstone-Block, ich habe jetzt nichts anderes. Und wir nehmen irgendwelche Blöcke mit. Ich nehme jetzt so einen Stack von dem Zeug mit. Okay. Einen Bogen brauchen wir nicht. Stable 1 und Feathervolling 3, aha. Hast du hier das oben auch noch genau, die Twins vernautzt, ne? Okay, okay, Mensch, jetzt. Yolo.